Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von DirkSouls3. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum haben wir jetzt auf einmal in Zauberer gewandert? Ich sage es euch ganz einfach. Ich habe nämlich im vorigen Part aufgenommen, leider hatte er ein bisschen gesponnen gehabt und wollte nicht so funktionieren, wie ich es wollte. Und deswegen habe ich auch schon den ersten Boss, der da hinten kommen wird, schon mal angefangen zu kämpfen und ich habe einfach gemerkt, ich habe Schwierigkeiten. Ich komme einfach mit so einem Nahkämpfer nicht klar. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen, wie der funktioniert und so. Und ich denke mal, mit diesem Zauberer sollte es hier jetzt besser gehen. Aber wir haben ja hier aufgehört und ich würde mal sagen, hier geht es mal weiter. Hier kann man sich nämlich ausruhen, ein bisschen Leuchtfeuer entzünden und ein bisschen das Lagerfeuer-Leadsing von Spongebob. So, verlassen wir. Jetzt haben wir wieder alles Picobelle aufgefüllt. So, hier seht ihr ja, mit dem rechten Analogstick könnt ihr ja die Leute anvisieren und mit dem R1 könnt ihr so einen magischen Schuss machen, also richtig nice. Mir gefallen die Charakteren, so soweit. Und... Und... Dann zermetzeln wir jetzt hier mal. Und den hier auch ordentlich, so wunderschön. Aber, wie gesagt, das Spiel gefällt mir immer noch wirklich richtig gut. Und es ist einfach geil, dieses Metzlerei und die Untoten hier zu töten. Ach, was willst du? Alter. Aber es ist, wie gesagt, richtig heftig, das Game. Also es ist auf gar keinen Fall was für... Soll ich sagen, für Anfänger. So eigentlich wie für mich. Ich weiß ja nicht, ob die anderen Teilen auch so heftig waren. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Comments schreiben. Und... Stirb. Du stirbst jetzt auch hier. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Da ist eine Brandbombe. Das ist... Hier ist als Tipp, weil ich habe gelesen, auch... Sieht schon sexy aus wie die Pfeile soll mich durchrammen hier. Wurde mir der Tipp gegeben, hier sollte es das erste Zeichen sein, dass der erste Boss anfällig ist für Feuerkräfte. Und deswegen ist es auch als Marker ziemlich... Müsste das, wenn man sich nicht so doof anstellt, easy peasy sein ist auch zu schaffen. Aber, wie gesagt, das Spiel macht mir richtig fun. Es ist auf jeden Fall... Es fordert einen auf jeden Fall was. Und es ist auch schwierig, ja. Aber so einen großen und ganzen... mit bisschen Übung und so... auch möglich. So, ob ich ihn jetzt anvisiert... Nee, hab ich nicht. So, jetzt. So. Hallo. Jetzt aber. Zugetötet. Patronos. Und hier könnt ihr auch noch den Seelenpfeil einstellen oder... Und so weiter und so fort. Oder einen schweren Seelenpfeil, das ist dann eine stärkere Energie. Den würde ich beim Boss-Seelen nutzen, aber beim Rest so... Ist halt ein kleinerer Zauber auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nach da oben. Da müssen wir jetzt versuchen, ähm... Dorthin zu kommen. Wuh. Nein. Scheiße. Müssen noch... Nochmal da hoch. Aber okay. Das schaffen wir. So. Jetzt kriegen wir den Tipp, wenn ihr jetzt runtergeht und er eins drückt. Hab den sofort getötet. So ein bisschen Assassin-Style ist das. Muss ich schon sagen, hier. Aber geil. Leider geil. D-d-d-d-d-d-d. Leider geil. Leider geil. So. Uh, der Boss ist so creepy. Ah, den hab ich getötet. Ich dachte grad schon. Und ich hab mal getestet, wenn ihr... So, seid ihr tot halt. Mose tot. Und wir versuchen jetzt nochmal da rüber zu springen. Ja, 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 ja. Und ich... Und in diesem Part oder in Naruto Storm, ich weiß es noch nicht, hab ich mein neues Intro reingehauen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es noch nicht schon gesehen hab, wie es ihr so findet. Wäre sehr nice. Und wie euch dieser Zauber hier so... Das könnt ihr ja auch gerne in die Kommentare schreiben. So. Ah, jetzt muss ich für die Vorschläge geben wir nochmal kurz zurück. Mit... Mit Kreis können wir ja rennen, wie wir hier gelernt haben. Und gehen nochmal kurz zum Lagerfeuer. Und tanken uns ordentlich hier mal auf. Dass wir auch bereit sind für den Bossfight. Die Lebensenergie habe ich hier auch. Ach nee. Bist du wieder da, mein Freund. Stirb einfach. Stirb einfach. Einfach sterben und deinen Mund halten. Gefälligst. So. Die, 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 die. Ist ja auch schon wieder da. Ist ja auch wieder da. Ha. Ha. Assassine Style. Alter, wegen dir haben wir jetzt wieder ein Leben verloren. Egal, wir versuchen es mit zwei Getränke. Und machen hier einen schweren Seelenfall. Aber als allererstes würde ich mal sagen, dass wir mit dem Schwert kämpfen. Weil jetzt seht ihr hier, da diesen Dicken da. Und der Bossfight geht erst los, wenn ihr, wie gesagt, hier dieses Schwert hier rauszieht. Hier ja, wenn ihr ihn rauszieht. So. Hier sind die ganzen Seelen. Kann man bei denen eigentlich was machen oder so? Ne, ich glaube nicht. Mein Tipp ist auf jeden Fall, versucht immer wieder hier dieses Drehen. Und ihn auch gleich anzuwissieren. So. Ich würde nur sagen, let's go. Ich denke, wir schaffen es nicht beim ersten Mal. Aber. Ihr könnt auch da mal Ohren. Seht ihr hier? So. Dann geht ihr hier mal dem ordentlichen Mausen weg. Dann könnt ihr nämlich hier mal. Wow. Wow. Jetzt hat er uns. Wir müssen damit ordentlich Pumper. So. Da auf jeden Fall. Okay. Immer wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, Leute. Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Und einfach draufhauen. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Und dieser Feier. Aber wem muss ich doch sagen, ziemlich schnell besiegt. Aber das ist halt wirklich, weil er gegen Feuer halt wirklich immun ist. Und gebundenes Schwert haben wir bekommen. Und gebundenes Schwert haben wir bekommen. Aber wir merken schon, warum brennen wir auf einmal? Das ist ja mega geil. Das ist jetzt von dem gekommen, oder was? Wir können jetzt hier nochmal ein Lagerfeuer machen. Und damit haben wir hier das Ziel. So. Die, die, die. Erreicht. Und hier geht es so weiter. Puh. Der war richtig, richtig heftig, ey. Aber geil. Wir haben es gepackt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das beim ersten Mal packen. Wie gesagt, mit dem Dieb da, ich weiß nicht. Ich kam damit echt nicht zurecht. Also, jeder, der das wohl im Nahangriff hinkriegt, hat meinen größten Respekt. Ich habe es nicht geschafft. Und ja. Aber ich habe auch vorhin was gesehen hier mal so. Das wollte ich mit euch jetzt mal so ein bisschen zeigen hier. Steh ab. Chill out, man. Und du stirbst jetzt auch. Flashman in Ruhe gefälligst. Du. Noob, du. Nee, da gehe ich nicht vorbei. Willst du aufs Maul, ey? Ah, unser Leben ist auch locker geworden. Aber wir müssen da vorbei, scheiße. Nein, eigentlich wollte ich das nicht da vorbeigehen. Ich stehe ab einfach. Wir zermetzeln die. Wow, der, der. Den habe ich ja völlig hier vergessen. Aber man merkt schon, wenn ihr so die ersten Leben habt. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Modus das jetzt hier ist. Das sieht echt nice aus, dass wir so brennen. Uh, das ist geil. Wirklich geil, muss man schon sagen. So. Chillen wir jetzt nochmal nach runter. Ja, aber ich habe vorhin einen Weg gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich ihn finde oder ob das zu früh ist. Können wir ja mal gucken, weil bevor wir da vorne weitergehen. Vielleicht hätten wir ihn auch vorher gehen müssen. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich so vorhin gesehen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und machen erstmal den schwierigen Bossfight. Bossfight, so. Naja, dass ich dann jetzt zum Schluss jetzt ging, so. Bäm. Frück. So. Ich glaube, hier entlang war das genau. So. Mann, was wollt ihr immer von mir? Immer wollt ihr mir wehtun. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ihr Schweine. Ihr sollt in der Hölle schmoren. Ich bin der Feuermag. Magica. So. Rückzug. Okay, Rückzug. 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 Oder heißt es einfach, dass wir jetzt noch nicht stark genug für den Sinn sind? Ich weiß es gar nicht so. Was sind da, gibt es so? Was ist denn da hinten? Da hinten ist doch irgendwas. Was ist denn da hinten? Sorry, ich will das noch nicht töten. Oh, ich will das noch nicht töten. Oh, hu, hu. Lass mich doch in Ruhe, mein Freund. So schwer ist der jetzt aber auch nicht, wenn man... Bisschen sich nicht doof anstellt und konzentriert, aber ich glaube, den müssen wir noch gar nicht töten. Ey, wir haben mal ein kleines Special hier. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob man denn schon braucht oder... Oder habe ich den nicht völlig umsonst gemacht? Also, der kommt mir auch ein bisschen noch... Ho, 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 ho. mann scheiße wir können es packen wir können es packen nicht wenn wir uns so dumm anstellt heiße aber wir dann packen wir so schwöre ich habe den ganzheit ich weiß was mein fehler war und zwar habe ich mir leute habe ich habe ich gerade den kleinen die im kleinen magic da genommen aber wir nehmen einfach jetzt die große magic ganz einfach so zimmer hat wieder hier scheiße aber jetzt können wir einfach jahrhundert dackeln so ganz gechillt und gemütlich die 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 wir sind rotkäppchen 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 geflasht dann töten jetzt mal drinnen bin ich gerade erschrocken ich dachte ich hätte noch nicht noch nicht belebt ich würde mal sagen wir gehen jetzt einfach mal da hinten hin dann schafft man dann schaffen will ich schaffen auch wenn wir es noch nicht schaffen müssen ich versuche es jetzt noch einmal wir müssen nicht schaffen gehen wir einfach weiter können wir meinen die echte in die kommentaren ob ich einen gebraucht hätte oder nicht wegen jedoch immer wieder die dienster wechseln das nervt mich ein ja scheiße 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 jetzt klappt es gerade nicht so tupi mann oh gotts dann kann er uns getroffen weil schon das wäre unser ende gewesen so dann schafft man auch wenn schwierig wird aber ich glaube dann können wir gar nicht packen noch nicht ich weiß ihn halte du kleine kuren zu habe im besiegt ach du scheiße wir haben also wir haben unser charakter gefunden wir sind der mädchen gaston auf jeden fall wenn euch wenn euch dieser part gefallen hat diese epischen zwei war das jetzt ein buch frei oder man ist jetzt kein buch frei schreibt mir meine kommentare hier gibt es auf jeden fall was sehen eines unbekannt reißenden und was man mit diesen ganzen items macht könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben wenn euch wie gesagt dieser part gefallen hat lasten like unten aber da und wir werden uns beim nächsten mal sehen versprochen als mätschiger euer store